Servus Schluchtenflitzer, ja wie das Klopfer ist, ist natürlich der Hammer, weil wir haben uns die Mühe gegeben, wir haben aufgebaut, wir haben Zeit hergestellt, weil die Wettervorhersagen waren natürlich unter aller Kanone und es ist noch viel schlimmer gekommen, als wir es eigentlich gedacht haben. Es hat bis zu 80 Liter in die letzten zwei Tage gerankt und dementsprechend schaut der Platz aus, aber nicht wir, weil wir haben durchgehalten und mit uns die ganzen 400 oder 500, nein 500 nicht, aber 400 Mopelfahrer, die mit uns da waren und das ist geil und darum sage ich einfach nur, sowas hätten wir nie für Möglichkeiten, dass die Leute auch bei so schlechtem Wetter zu uns stehen. Herzliches Dankeschön, dass alle gekommen sind und dass das so ein geiler Event geworden ist. Die Jungs haben gesagt, dass wir ein super Treffen hier, dass es Spaß macht, zusammen sein und der Gleichgesinnten bekloppten. Vor allem, meine Letzten sind ja schon hier, deswegen sind wir ja wieder da. Den Abend hier zusammen zu verbringen, das war schon. Jetzt mal ohne Mist gesprochen, war geil, hat Spaß gemacht. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das war's.